Ich bin hier an der ersten neuen Autopeaday-Linie und die ist echt super, weil da eben in jedem Grad, also von 5 bis 8, eine wunderschöne Tour ist. Und die sind alle sehr interessant und machen alle echt Spaß. Das ist eine coole Linie. Bis zum nächsten Mal. Hier war sehr schön, aber jetzt bin ich auch schon ganz gut außer Atem. Die ganze Linie ist richtig schön, befindet sich wirklich für jeden was, also von 5 bis 8, eigentlich in jedem Grad eine Highlight-Tour und die machen alle Spaß. Bis zum nächsten Mal.